Leute, heute spielen wir Minecraft, aber können wir es schaffen, diesen krassen Tornado zu überleben? Aber Leute, über 70% meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert! Wenn ihr also noch nicht abonniert habt, dann drückt da jetzt auf den Abonnieren-Button und jetzt let's go! Oh, der Döner von Arni schmeckt so gut! Ey, ja, Mann, einfach, ich bin gerade am Handy, Mann! Ja, warum bist du am Handy, ey? Wir müssen essen, das Essen genießen! Hey, Bro, 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 packt der Döner zusammen, packt der Döner ein, wir müssen hier schön raus! Warum müssen wir raus, was ist los, Ente? Raus, lauf einfach, komm, komm! Hey, was ist los mit dir? Du bist so nie drauf, hä? Hä, was ist so nie drauf? Hast du die Nachrichten gelesen, Mann? Wie, die Nachrichten am Handy, oder was? Du hast mein Handy, Mann, ja, lest es selber durch! Hä? Warte mal, es wird ein Tornado kommen, wie, das kann nicht sein, Ente! Ja, Mann, ich glaube, meine Wetter-App schwindet! Nein, die kann nicht stimmen, oder? Guck mal nach oben, was geht der Abt, was ist da für los? Hä? Hast du schon mal solche Wolken gesehen? Nee, Mann, die sehen voll komisch aus! Was passiert hier? Ich weiß es nicht, was hier passiert! Oh, nein, Ente, ich will kein Tornado, das darf nicht passieren, nein! Alter, siehst du diese Blätter hier rumfliegen? Ja, guck mal, wie die hier rumfliegen! Oh, nein, der Wind ist schon richtig stark! Heißt es doch dann, oder? Ja, aber guck mal, wie viele das ist, das gab's doch die hier! Warte, wenn ich Item-Strompe fliege, die auch so weit weg? Okay, nee, die nicht, hä? Ente, hier ist irgendwas richtig komisch, komm mit! Ja, irgendwas geht hier vor sich! Ich hab da vorne gerade so eine Kiste gesehen, vielleicht müssen wir jetzt die Stadt retten! Ja, aber wie denn? Sogar meine Partikel fliegen voll weit weg, wenn ich hier so laufe! Oh, nein, das ist gar nicht gut, Leute, guck mal! Oha, da sind richtig krasse Blöcke drin, guck mal! Was? Labe, ein Sopper! Und ein Stack Bedrock haben wir, nice! So, warte, du noch den Rest hier raus! Herr Bedrock, wir können uns einfach in Bedrock einbauen, oder? Wenn wir wollen! Ja, stimmt, aber wir müssen mehr Platz, dann müssen wir doch die Bewohner der Stadt retten! Oh, wir müssen doch Arni retten, warte, so, ich mach mal hier direkt vor seine Tür, ich mach überall Bedrock hin, damit bei ihm gar nichts hier passieren wird! Oh nein, Leute, das könnte viel zu stark werden, Leute, wir haben wirklich gar keine Ahnung, wie krass das ist! Nein, nein, wir müssen jetzt so schnell retten, wir haben eh keine Zeit, wir müssen doch die Polizisten schnell einbauen! Ah, den Bank... Ja, stimmt, stimmt, stimmt! Den Bank angestellt, der ist hier auch, den müssen wir auch retten, so, ich mach die Türen einfach zu, der denkt jetzt auch gerade, was ist hier los! Oh, die Bank, ich sehe schon mega abgesichert, Mann! Jetzt wollen wir einen Ton an und kommen, wir müssen dich schnell retten! Oh, wir dürfen kein Geld klauen, alles gut, Kamera! Ich glaube, auch bei der Polizeistation sind wir gerade, weil ich am Arbeiten... Der Supermarkt-Verkäufer! Oh, hier, der hier, beim Supermarkt, den muss ich auch einbauen, tut mir leid, aber... Ja, die Fenster, ja, die Fenster zu, was, sonst gehen die kaputt! Wir müssen dich retten, Kumpel, alles wird gut! Wir müssen gleich auch noch ganz schnell die Base bauen, Ente! So, ich glaube, hier drin ist er sicher! Meine Bedrock-Blocker sind schon gleich auch wieder leer, das kann nicht wahr sein! So, hier vorne ist auch noch welche! Hallo, Polizisten, halt und alle, wir müssen dich schnell retten! So, ich mach hier einfach vom Eingang welche hin, Bedrock-Blocker! Oh, oh, ich hab nicht mehr genug, ich glaub, das sind jetzt ein bisschen zu wenige, aber die können auf jeden Fall nicht mehr rausfliegen, alles wird, glaub ich, sicher sein! So, und hier mach ich noch Gold hin, so, Ente, lass dich schnell die Base inbauen! Lass jetzt einfach so hier die Base inbauen, okay, weil ich glaub, wir haben eh nicht so viel Zeit, los, beeil dich! Ja, siehst du, die Wolken, guck mal, wir stellen die vorbeisausen! Ja, die werden immer schneller und krasser, und nein, Leute, ihr seht das, guck mal, wie schnell sich das bewegt, das ist gar nicht gut, das heißt, der Wind wird immer stärker! So, wir haben ja auch natürlich die stärksten Blöcke, die haben Blöcke, Goldblöcke, die zu kriegen, ist ja richtig schwer, nein, es fängt schon ein, was geht hier los, nein! Oh nein, siehst du diesen Sturzring, Mann? Ja, oh, oh, der ist auch richtig krass, Mann, ich hoffe, es hangelt gleich nicht, sonst kriegen wir vielleicht Schaden oder so! Das ist nicht so ein normaler Minecraft-Ring, merkst du das überhaupt? Ja, der ist richtig stark! Juro, wir haben Regen ausgestellt! Hä? Oh, also wir müssen uns schnell einbauen, wir brauchen schnell ein Dach und alles! Ja, beeil dich einfach! So, ich muss schnell bauen, ich muss schnell bauen, Leute! Wir können ja auch nicht zu groß machen, weil wir haben keine Zeit, Ente, du merkst ja schon, was hier passiert! Oh, 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 wir brauchen auch unbedingt ein Dach! Ich glaube, wir könnten gleich echt Schaden kriegen, wenn es auch hangelt und alles! Die Mord ist, glaube ich, richtig gefährlich! Deswegen bau, bau, bau und nicht zu hoch, weil ich glaube, ein Tornado ist nicht gut, wenn das Haus zu hoch ist! So, wir haben ja auch ganz sichere Glasböcke, die kann man nie wieder abbauen! Ähm, jetzt habe ich mich verbaut, super! Ja, stimmt, warte mal, nimm den Spitz, wir bauen ja noch Fenster rein! Ja! So, wir brauchen aber nicht so viel Glas, wir müssen nicht alles sehen! Das wird, glaube ich, schon reichen, Leute, ich habe auch gerade schon Blitze gesehen! Nein, Ente! Oh nein! So, ich habe noch eine ganz sichere Tür, die mache ich auch hier vorne rein! So, oh, es lenkt schon ein bisschen bei mir, Leute, es geht immer mehr ab! Oha! Oh, oh! Loll, hier stirbt es schon richtig! Ja, es geht schon richtig ab, Leute, wir müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit mehr! Los, komm rein, komm rein! Ja, Mann, ich glaube, das ist schon fast ein Tornado, Alfa, siehst du das? Ja, der Wind wird immer stärker, Leute, es wird immer krasser! Oh nein, ich werde schon irgendwie mitgerissen mit dem Wind! Als ob! Mann, ich mache noch schnell wieder hier alles mit Glas, damit wir es alles sehen können! Komm rein, Ente! Denkst du, wir können wieder rausgehen? Denkst du, es ist immer noch so stark? Warte, lass mal gucken! Oh, ich glaube, es hat erst mal nachgelassen! Oh, oh, das war gerade erst... Aber wenn der Tornado kommt, dann wird es mega heftig und es wird nicht wie ein einfacher Sturm mit Regen! Oh, das wird, glaube ich, gleich viel krasser, Leute, das war nur der Anfang! Nein, wir sollen ein bisschen schnell weiterbauen! Das war doch gar nichts wahrscheinlich! Das war ja nur die allererste Stufe, Leute, ihr habt schon gesehen, wie krass die war! Ente wurde sogar von Wind weggezogen und alles! Oh, ich will das nicht nochmal erleben! Du hast jetzt schon mal drin, irgendwo was passiert! Ich glaube doch nicht, oder? Ich glaube, die sind doch alle sicher! Wirklich, jetzt glaube ich, alle noch gut! Los, baust schnell, baust schnell! So, baue ich jetzt nicht mehr zu, das wird jetzt die letzte Etage hier! Aber hier können wir gleich auch mehr Glas hinmachen, damit wir hier mehr beobachten können und alles! So, lass doch schnell das Dach fertig machen! Glasblöcke habe ich jetzt auch keine mehr! So, zack, fertig! Okay, das Dach ist, glaube ich, fertig, oder? Hier die zweite Etage! Ja, ich glaube, das ist fertig! Das müsste jetzt aber sturmsicher sein, oder? Ich denke schon, weil wenn hier gleich ein Block allein offen ist, das wäre, glaube ich, schon viel zu gefährlich! Aber ich glaube, so sieht es sicher aus, weil wir können hier hoch! Hä? Ente, nein, ich glaube, es geht wieder los! Guck mal! Was geht wieder los, du Haar? Nein, das kann nicht wahr sein, Leute! Oh, oh! Ich glaube, es dauert auch schon so leicht und alles! Nein, wieder in dieser Stackel reden, Leute! Ihr habt gerade eben gesehen, wie heftig das schon war! Und diese Partikel und alles, das sieht gar nicht gut aus! Nein, der Wind wird immer stärker, ich sehe es schon! Oh, oh, oh! Ja, aber da muss ein Glas und der Base jetzt aus! Oh, ich werde, glaube ich, du bist ein bisschen geschubst! Ende, ich muss schon in die Base rein! Komm rein, Alter! Oh, das rand so schwer! Du gefährlich da draußen! Ich laufe gegen den Wind! So, ich komme nicht rein! So, bin drin, bin drin, bin drin! Mach die Tür zu schnell, so schnell! So, wir haben auch ein bisschen Essen und alles falsch, Leute! Lass mal noch mal rausgehen! Hörte, da nicht rausgehen! Hey, da passiert doch gar nichts, Bro! Hörte, guck dir das an! Natürlich ist der Wind stärker! Pass auf! Oh, 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 oh! Warte, was passiert, wenn ich hier Block ab... Oh, die ganzen Partikel fliegen richtig weit weg! Okay, okay, lass es wieder reingehen, oder? Ja, dann! Guck mal, die Laufpartikel auch! Die fliegen auch, wenn siehst du das! Ja, ja, okay, ich gehe erst mal wieder rein, so! Hörte, du musst auch reinkommen! Wo bist du? Nein, 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 Leute! Hörte, ich gehe schon mal hoch! Oh nein, irgendwas passiert gerade! Ich glaube, es wird noch schlimmer! So, ich behalte gerade die ganze Stadt hier im Blick! Alles ist sicher, glaube ich, noch! Noch keine Gebäude oder so gehen kaputt! Alfa! Hä, was denn? Ich glaube, ich komme nicht mehr richtig in die Base! Ich muss mich durch den Wind kämpfen! Wie, du musst mich durch... Ah! Ich spüre auch schon den Wind! Hä, Leute, sehen das, wie ich hier fliege! Ich komme hier fast gar nicht mehr raus! Hörte, komm rein! Oh, oh, der Wind ist ja jetzt schon ultra stark! Hörte, ich bin ja auch schon gerade voll weit weg geflogen! Alfa, ich glaube, da kommt gleich Tornado! Warte, ich baue mir hier einen Block ab! Ich will doch mal gucken, fliegen wir wirklich direkt wieder so? Ja! Oh, der Wind ist schon ultra stark! Hier, Leute, seht ihr das? Ich werde hier die ganze Zeit weggekickt! Oha! Hier oben sieht es irgendwie doch nicht mehr so sicher aus! Ente, lass mich mal reingehen, oder? Ente, siehst du das? Hier drin, bei uns drin! Hier die ganze Windpartikel! Oh, oh! Ich glaube, der ist schon da, der Tornado! Nein, das kann nicht wahr sein! Oh, nein! Oh, nein! Guck mal, was geht hier ab, Leute! Der ist wirklich schon da! Okay, Leute, wir haben uns jetzt versucht, rauszubauen! Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo anders gelandet! Ich weiß nicht, wo! Ente, lass mal versuchen, ganz nach oben zu gehen! Ich hoffe, wir kommen einen sicheren Ort raus! Ente, was passiert hier? Oh, nein! Hä, was ist da? Ich glaube, ich werde schon vom Wind angezogen, oder? Ente! Hilfe! Ente, nein! Ich werde auch angezogen! Nein! Das kann nicht wahr sein! Ich werde angezogen vom Wind, Ente! Ich bin im Tornado! Als ob, ich doch nicht! Aber ich fliege hier schon richtig krass! Leute! Guck mal, der ganze Wald, hier geht alles komplett kaputt! Oh, nein! Nein, ich werde wieder weiter angezogen! Oh, nein! Alpha, pass auf! Ich versuche hier gerade irgendwie reinzukommen! So, ich bin hier drin in der Polizeistation, glaube ich! Hier ist, glaube ich, noch drin sicher! Nein, Ali! Es ist Schweine, die fliegen da oben alle! Oh, nein! Die Schweinefarbe ist weg! Die ganze Schweinefarbe von Ali! Nein! Das ist ein ganz dünner! Nein! Alter, ich habe mich, glaube ich, gerade gesehen! Alter, ich muss zu dir, bitte! Oh, nein! Ich bin die Tornado hoch! Alter, ich bin zu dir, Kumpel! Ich komme zu dir! Ich bin ganz oben! Ich muss im Wasser, dann bin ich runter voll! Nein, ich bin auch ganz oben! Wir sind alle Schweine! Nein, Leute, die Stadt! Wir müssen die retten irgendwie! Das kann nicht wahr sein! Oh, nein! Das ist gar nicht gut! Ich muss im Wasser landen! Komm schon, Leute, bitte! Okay, Leute, ich fliege immer noch! Ah, ich wurde vom Blitz getroffen! Nein, jetzt kommen sogar Blitze und alles! Wir müssen hier irgendwie vom Tornado rauskommen! Bitte irgendwie! Ja, und ich lande im Wasser! Perfekt! Kann ich hier unten irgendwie drin bleiben? Ich muss wieder nach unten kommen! Ich glaube, hier im Wasser bin ich sicher! Alles ist gut, Leute! Nein, die arme Stadt! Bitte, hört das gleich auf! Das kann doch nicht wahr sein! So kann ich hier raus? Bin ich hier sicher? Nein, die ganzen Tiere, Leute! Ich will hier weg! Nein, bitte! Da ist auch noch ein Schinken! Schinken bei meinem Leben, bitte! Ich rette nicht, Kumpel! Nein! Das Schinken ist auch weg! Wo ist er auch runter? Okay, ich glaube, er ist halt nachgelassen, oder? Ja, der Tornado ist weg! Ich bin wieder am Boden! Ich auch! Und nein, guck mal, wie viele hier am Fleisch rumliegen! Nein! So viele Schweine haben nicht überlebt! Alle von Ali geht's Ali gut! Lass mal bei Ali gucken! Lass mal in sein Haus rein hier! Ali! Ja, guck mal, der verkauft immer noch Döner! Es ist alles gut, Ente! Ja, aber der ist gut! Nice, Mann! Lasst einen Like da, Leute! Lasst es ab, oder wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mal jetzt vorbei! Und dann würde ich sagen, Tschüss! Boah!